Bei Milestones denken Sie nicht an das Punktesystem einer Airline, bei Arbeitspaketen nicht an Lieferungen Ihres Online-Bersandhandels und haken Sie auch ab und zu Punkte von Ihrer To-Do-Liste ab. Vielleicht ist dann eine Stelle bei MPTV und Projektmanagement genau das Richtige für Sie. Der Arbeitsalltag im Bereich Projektmanagement bei MPTV ist total abwechslungsreich. Unsere Kolleginnen und Kollegen betreuen unterschiedliche Projekte, die jeweils sehr verschieden sind. Man muss flexibel sein, denn ständig passiert etwas, das man nicht verheißen kann. Wichtig ist, dass man sehr strukturiert arbeitet und gut organisiert ist. Wir arbeiten hier mit Projektplänen, müssen diese ständig im Blick behalten und nachjustieren. Unsere Kolleginnen und Kollegen sollten offen sein, Neues zu lernen und gemeinsam mit unseren Kunden und Produkten zu wachsen. Sie stehen in ständigen Kontakt mit den verschiedensten Bereichen im Unternehmen. Bei MPTV bevorzugen wir den direkten Kontakt. Offen Themen besprechen wir lieber kurz bei einem Kaffee oder bei einem Tee, bevor wir viele E-Mails schreiben. Bei MPTV profitieren wir vom Besten aus zwei Welten. Wir sind Global Player mit Standorten Europa, Asien, USA, aber auch ein traditionsreiches Familienunternehmen. Uns ist die Wertschätzung unserer Mitarbeiter und ihrer Leistungen sehr wichtig. Unser Team besteht derzeit aus rund 30 Kolleginnen und Kollegen, wir sind aber ständig auf der Suche nach Verstärkung. Sollte auch in Ihnen das Projektmanager gehen schlummern, dann bewerben Sie sich gerne. Interesse geweckt? Alle offenen Stellen finden Sie auf jobs.mpdv.com